Das Hogwarts Legacy Release Datum wurde soeben von den Entwicklern gepostet. Ursprünglich wurde es ja 2021 angekündigt, doch daraufhin auf 2022 verschoben. 2022 bekamen wir dann den Trailer des Spiels und einen Release Teaser auf Holy Day 2022. Doch vor wenigen Minuten bekamen wir ein neues Datum von den offiziellen Entwicklern von Hogwarts Legacy, und zwar 10. Februar 2023. Ja moin, da wird meine Schwester einfach 17 Jahre, what the fuck. Ja, es wird quasi nochmal drei weitere Monate verschoben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich richtig auf das Spiel gefreut und fest damit gerechnet, dass es ungefähr so vielleicht 1.9., wenn Hogwarts halt die Einstellung ist, oder halt spätestens zu, ja, Weihnachten 2022, denn da wäre es einfach am geilsten gewesen, so viele Leute hätten es sich zu Weihnachten wünschen können. Einfach wegen Holy Day 2022 habe ich mit Weihnachten gerechnet. Es wäre einfach zu geil gewesen, draußen die Kelle zu sehen, aber in den Damm mit einem prassenden Kaminfeuer, einem warmen Pulli und einem Kakao in den Gelände und in der Welt von Harry Potter zu verschwinden. Naja, aber letztendlich kommt es jetzt halt so Februar 2023. Naja Leute, ich kann es letztendlich nicht ändern. Was Sie aber ändern können, ist es, den Abonnieren-Button zu drücken. So verpasst ihr keine Harry Potter News mehr. Ich bin ein reiner Harry Potter Kanal und im Februar werdet ihr dann durch das Abonnieren auch keine Hogwarts Legacy Folgen oder Streams verpassen. Ich werde das Game auf jeden Fall ganz durchspielen, also falls man es irgendwie durchspielen kann. Und ja Leute, bleibt gesund und passt vor bösen Greifern und Todessern draußen in der bösen Welt auf. Bis bald und ciao!